Musik 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 Alles klar, wunderbar Musik 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 Wir öffnen die schon in neue Fabriken. Dum dum dum. Und Geld machen wir trotzdem. Oh oh oh. Aber die haben schon 5 Löschfahrzeuge. Kann ich nichts mehr machen. So, ein verlassener Gebäude. Äh, ich seh's an, aber nicht. Ach ja. Und ich weiß nicht, wie... Ah, ich hab die Grundstücksbeiße hier ziemlich hoch. Im Beil... Keine Ahnung. Oh, ich hab die Grundstücksbeiße hier ziemlich hoch. Was ist das Bullshit? Was ist denn das? Hier mal noch einen rein. Ich will zeigen, das reicht dann auch. Da sind jetzt auch schon Industrie. So, deshalb... Würde ich einfach mal sagen, wir gehen hier mal zur nächsten Stadt. Und das wäre hier, äh... Hochgolding. Keine Ahnung, ich hab einfach mal die Namen gelassen, die da so waren. Also ich hab mir jetzt nicht irgendwie mir Gedanken gemacht auf... Pfff, auf, auf, keine Ahnung. Also ich hab mir nicht irgendwie Namen einfallen lassen oder so. Was hab ich denn hier gemacht? Ist das eine reine Einwohnerstadt? Ja, also reine Einwohnerstadt. Und mir verdient 17.000 pro Stunde BTRAs. Wie zum Teufel hab ich mir das gemacht? Ja, wir haben hier irgendwo ein Erzberg, ja. Ja, wir haben hier irgendwo ein Bergwerk. Abbau Erz. Ach, da hin. Hab ich gar nicht gesehen. Hab ich hier nur Erz. Kohle. Ähm, aha. Alles klar. Erz. Oh, 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 okay, okay, okay. Eins ist noch frei. Hier ist noch was. Ja. Also Erz haben wir auch Öl wahrscheinlich gar nicht. Nee, 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 nee. Gold. Aber hier war, das und das, Kohle. Die können wir vielleicht dann auch irgendwann mal noch anzapfen. Energie, äh, äh, Verschmutzung haben wir hier nicht. Ähm, Müll. Ja. Okay. Ich glaub, ich baue hier mal eine Müllhalde hin. Ich weiß ja nicht, aber ich glaub, es sieht so aus, als ob die hier eine Müllhalde feuchten. Äh, mach ich mal das weg. Ähm, wo setze ich denn jetzt hier meine Müllhalde hin? Mitten rein. Also hier. Äh, äh, ja. Äh, ja. Was ist das da? Okay. Die machen jetzt anscheinend auch schlechte Einwirkung. Ein verlassenes Gebäude, äh, ähm, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Keine Sorge. Okay, ich, ich find's nicht. Verlassenes Gebäude, bitte, wo denn? Park and ride, park and ride. Nee, ich bin zu blöd, das grad zu finden. Sorry. Da würd ich einfach mal sagen, wir bauen die Müllhalde hier oben irgendwo rein. Ähm, da mach ich mal das kurz weg. Und dann reiß ich da mal, also mach ich mal das hier erst weg. Sorry, aber das müsste alles weg. So. Alter, das ist leider die Müllhalde. Okay, das zieht sich natürlich extrem runter. Zurück, dir ist das gleich, das ist ja nicht ganz super. Und so, und so, und so, und so, und so, und freien da mehr Platz. Und dann links. Okay, muss man dahin. Und dann arbeiten wir hier die Straße. Machen Machen Da noch eins hin Die muss das sein, die muss gewauen und machen jetzt hier hin So Geschlossen, wir stellen Leute ein, ja dann stellt mal einen Dann muss ich dann mal in den Park reinhauen So Und da auf jeden Fall auch nochmal Was mir eigentlich nichts bringt, oh Entschuldigung So Und dann hoffe ich mal, dass die Feuerwehr, äh die Feuerwehr Die Müllhalde, ah beim Müll holen, alles klar Hier die, die, äh Nuturisten warten auf Abfahrt Oh, so wenig Und dann würde ich einfach mal sagen Das Äh, ja, ähm Ich sollte mal vielleicht aussprechen Dass ich hier mal Das hier mal rausreiß Oder ist man das Und dann mal guck, was sich ergibt Ob da gleich neue Häuser, ja Da 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 Okay, es werden neue, neue Häuser auf jeden Fall gebaut Im Bau Der Grundstücks, da 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 Grundstücks, da 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 Meine Fresse, der Grundstückspreis ist ja da auch ziemlich hoch Ich will das abreißen, bitte Hier Und dann einfach mal versuch Die Straße hier auch abzureißen Riesenbrunnenwagen Oh, der ist jetzt weg Blöde dünnen nicht so gut Achso, das sind alles hohe Was ist mit denen? Warum sind die weiß? Was bedeutet denn, 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 denn weiß? Achso, das sind noch ganz kleine wahrscheinlich Oder? Ne, Grundstückspreis Habe ich da denn überall schon Mein Gott, das regt mich schon wieder auf Habe ich da schon überall Ah, okay Also hoch ist schon überall Okay, jetzt bauen sie hier natürlich Sachen hin Okay, der Grundstückspreis ist da hinten gefallen Das muss ich mal kurz beheben Ganz viele hohe wollen wir Oder will ich Am Müll abholen Sehr gut Deshalb gucke ich nochmal ganz kurz auf den Müll Ja Ah, perfekt Recycling Eimer Ja gut, das haben wir halt natürlich nicht Gut, fehlende Arbeit So Alles abreißen Ah Sind sonst alle mit Energie versorgt? Freie Wohnungen zu verkaufen Alles klar, alle sind mit Energie versorgt Das ist schon wieder ein verlassenes Gebäude Die kennenlädt mir doch die Eier Die kennenlädt mir doch die Eier Wo denn? Oh, wir haben Verkehrsprobleme 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 Hier Dann, äh Hier vielleicht Da Da brauchen wir es nicht so unbedingt Und Und dann hier noch eines So Ah, der Flughafen, der stört mich daher Ich kann es euch sagen Ah Hm 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 Okay, ich glaub's bringt auf jeden Fall was Oh, was ist hier Okay So Hier war der Mann Kann ich nicht alles an Anbauen. Nichts. Nicht genehmigt. Eine Flagge. Aber sicher doch. So. Was ist mit denen? Warum sind die unglücklich? Die ziehen trotzdem weg. Okay. Also ganz viele grüne Smiley's. Das freut mich natürlich. Oh, da hinten war gerade ein Trommel. Warum denn das? Ziemlich niedrig. Was? Das kann nicht sein. Oh, doch. Na okay, dann muss ich ihn mal kurz... ...eingreifen. Äh, indem ich... Hallo? Indem ich hier... Ah, okay. Eine große kann ich nicht platzieren. Ich muss so einen. Der nicht wirklich was bringt. So eine Kaki. Eigentlich kann ich da hinten... Ja, die kann ich hier hinten auch noch reinbauen. Also so, so. So. Da vielleicht auch noch. Und... ...da... ...da noch. So. Alles klar. Alles klar.